Wie wir es schaffen, Exzellenz zu zeigen in dem, was wir täglich tun. Hallo, ich bin Jürgen Zwickl, dein Coach und Potenzial-Maximierer. Und in diesem Video soll es heute darum gehen, wie wir es schaffen, Exzellenz in dem zu zeigen, was wir täglich tun. Also, bleibe unbedingt dran, lass uns starten, los geht's. Wie schaffen wir es, Exzellenz zu zeigen bei dem, was wir täglich tun? Wenn du im Kundenkontakt bist, egal in welchem Bereich, dann bist du ja in einem Dienstleistungsbereich. Und das bedeutet, und das ist wichtig für unser Mindset, dass wir unseren Kunden, anderen Menschen grundsätzlich dienen sollten. Wie sehr hast du die Einstellung, die Haltung und auch das Mindset, jeden Tag deinen Kunden, den Menschen, denen du begegnest, wirklich bei dem, was du magst, zu dienen. Ihnen so quasi etwas mitzugeben, wobei sie die Möglichkeit haben, ihr Leben zu verbessern. Das verstehe ich unter Dienen. Denn Verdienen kommt von Dienen. Und Dienen hat für mich mit Einstellung, Haltung und auch dem entsprechenden Mindset zu tun. Und das ist für mich der erste wichtige Punkt, wenn es um das Thema Exzellenz geht bei dem, was wir täglich tun. Und dann gibt es für mich noch einen zweiten entscheidenden Punkt. Natürlich ist es wichtig, fachliche Kompetenz bei dem zu zeigen und bei dem zu haben, was wir, was du jeden Tag tust. Keine Frage. Doch aus meiner Sicht ist es noch wichtiger, wirklich in einem persönlichen Top-Zustand jedem Kunden zu begegnen. Und was meine ich jetzt mit Top-Zustand? Es gibt insgesamt drei Zustände, in denen sich jeder von uns jeden Tag bewegt. Einen mentalen, einen emotionalen und einem körperlichen Zustand. Und neben dem fachlichen, der fachlichen Säule, ist für mich eben auch diese persönliche Zustandssäule für Exzellenz unglaublich wichtig. Und deswegen die Frage an dich. Wie sehr hast du jeden Tag deinen mentalen, emotionalen und auch körperlichen Zustand im Blick? Wie sehr richtest du dich immer wieder aus, um deinen mentalen, emotionalen und körperlichen Zustand wirklich auf einen guten Level halten zu können? Also, was machst du jeden Tag, um auch hier wirklich exzellent unterwegs zu sein? Denn diese innere Exzellenz im mentalen, emotionalen und körperlichen Bereich wirkt sich dann natürlich auch in der Wirkung, in der Ausstrahlung nach außen auf deine Kunden entsprechend aus. Und jetzt sprechen wir eben auch hier von Exzellenz. Und das hat immer auch etwas mit Selbstführung zu tun. Und ich spreche hier auch, in der Champions League der Selbstführung täglich unterwegs zu sein. Spielst du, was deine eigene mental- und emotionale Selbstführung betrifft, wirklich auf dem höchsten Level? Oder hast du das Gefühl, Mensch, da geht ja noch was? Und mit diesen zwei Impulsen will ich dir einfach jetzt wieder die Möglichkeit geben, dir diese Thematik bewusster zu machen. Wie sehr hast du die Haltung, anderen Menschen jeden Tag dienen zu wollen? Und Punkt Nummer zwei, wie sehr fühlst du dich selbst in der Champions League der Selbstführung, wenn es um deine mental-emotionale und körperliche Ausrichtung geht? Ich freue mich, wenn dir dieser Impuls wieder ein Bewusstsein für dieses wichtige Thema Exzellenz und vor allen Dingen auch für die Thematiken um dieses Thema gegeben hat. Und wünsche dir viel Erfolg bei der exzellenten Umsetzung jeden Tag im Kontakt mit deinen Kunden. Wenn dir dieses Video geholfen hat, dann leite es gerne weiter oder gib mir gerne einen Daumen nach oben und schreibe gerne auch einen Kommentar unter das Video, wie du diese Thematik für dich siehst. Dafür sage ich jetzt schon herzlichen Dank und wenn du zukünftig jede Woche dieses inspirierende Impuls-Video erhalten willst, dann abonniere gerne auch meinen YouTube-Kanal. Denn wie gesagt, dort gibt es jede Woche ein neues Video. Auch dafür sage ich herzlichen Dank. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute, persönlich viel Erfolg, viel Gesundheit, verbunden mit viel Lebensglück. Und denke immer daran, wenn es um deine innere Aufstellung auf deinem täglichen Spielfeld des Lebens geht, da geht noch was. Entdecke in dir, was möglich ist, denn Persönlichkeit gewinnt. Bis zum nächsten Mal, dein Coach und Potenzialmaximierer Jürgen Zwickel.